Nein, ist das ein Buch? Nein, nein, das ist kein Buch. Okay, ist das ein Stuhl? Ja, das ist ein Stuhl. Ein Stuhl. David, ist das ein Kuhnig? Nein, das ist kein Kuhnig, das ist ein Handel. Ende, richtig. Also, dann, bin ich ein Mann, David? Nein, du bist kein Mann. Du bist eine Frau. Richtig. Sebastian, ist David ein Lehrer? Nein, David ist kein Lehrer, David ist ein Stuhl. Okay, richtig. Will ich eine Lehrerin, David? Ja, du bist ein Lehrer. Super. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. anych motorcycle. Für Dereon wird bedrehen, das ist ein Horstjeden, das珍